Die Playoffs sind die beste Zeit des Jahres. Wir trainieren den ganzen Sommer dafür, die ganze Saison. Die Fans geben uns immer einen großen Push und deswegen hoffe ich, dass wir wieder eine volle Mitte haben. Mein großes Ziel ist, einen Titel zu gewinnen. Es ist noch ein hartes Stück Arbeit für uns, aber wir schauen uns an die Zeit. So,